Musik Breitete sich unser Leben rund um die gesamte Erde aus. Der afrikanische Regenwald gilt als die Wiege der Menschheit. Unsere Vorfahren tauchten hier vor etwa 250.000 Jahren auf. Ein Wimpernschlag in der Geschichte des Lebens auf unserem Planeten. Tief im Herzen des Dschungels, bewegt vom unermüdlichen Wind, der vom Ozean herüberweht, liegt das Reich der Gorillas. Dieses Land unserer Herkunft und das in ihm so unendlich erscheinende Leben sind bedroht. Sein Reichtum und seine Artenvielfalt nehmen unaufhörlich ab. Der ständig wachsende Raubbau durch unsere moderne Welt gefährdet die Tiere und Pflanzen des Regenwaldes. Das ökologische Gleichgewicht droht zu kippen. Wir fahren nach Gabun in Zentralafrika. Hier treffen wir Menschen, die ihr Leben dem Schutz der Affen und ihres Lebensraums widmen. Gemeinsam machen wir uns auf in die Tiefen dieser grünen Lunge. Auf den Spuren unserer nächsten Verwandten, den Gorillas. Die Reise wird uns die Dringlichkeit vor Augen führen, warum der Kreislauf des Lebens bewahrt und die Menschenaffen von Gabun geschützt werden müssen. Seit Beginn der Menschheit hat sich in dieser Landschaft nur wenig verändert. Der Regenwald ist voller atemberaubender Naturschauspiele, wie die Wasserfälle im Iwindo-Nationalpark. Eine ursprünglich erhalten gebliebene Wildnis, in der uralte Tierarten wie Gorillas und Schimpansen bis heute heimisch sind. Den Großteil unseres Wissens über Schimpansen und Gorillas bedanken wir zwei Verhaltensforscherinnen des 20. Jahrhunderts. Anfang der 1960er Jahre, die Schimpansenforscherin Jane Goodell und die Gorillaspezialistin Diane Fossey beobachteten die Tiere in ihrem natürlichen Lebensraum. Ihre Forschungsarbeit revolutionierte das Wissen über die Affen. Dank ihrer Arbeit wissen wir, wie ähnlich Affen den Menschen in Wirklichkeit sind. Ihre Forschungsarbeit wird heute von anderen fortgesetzt. Auch heute können wir noch viel Neues über diese faszinierenden Geschöpfe erfahren. Dank seiner unzugänglichen Berge hat der Regenwald hier noch immer nicht alle Geheimnisse seiner erstaunlichen Artenvielfalt preisgegeben. Eine geheimnisvolle Welt, voller Mythen und Gefahren, umgeben von einer undurchdringlichen Vegetation. Bei Einbruch der Dunkelheit tanzen die Ureinwohner des Waldes. Das hier ansässige Volk der Punu erzählt eine einfache und schöne Legende von der Erschaffung der Welt. Sie handelt davon, wie die Frau des Sonnengotts aus dem Himmel verbannt und auf der Erde in einen Baum verwandelt wurde. So wuchs der Wald in harmonischer Schönheit empor. Um in ihm zu überleben, wurde der Mensch zum Jäger und Sammler. Die Punu verehren den üppigen Reichtum des Dschungels. Sie danken dafür mit schamanischen Räten. In den Ritualen werden auch die für den Regenwald symbolischen Tiere geehrt. Darunter auch unser enger Verwandter, der Gorilla. Für die Eingeborenen galt er, halb Mensch, halb Bestie, lange als dämonisches Geschäft. Der Urwald des Kongo-Beckens ist ein wahres Naturparadies, das noch immer nicht vollständig erforscht ist. Heutzutage ist die Zukunft der Gorillas ernsthaft gefährdet. Doch es gibt auch Menschen, die sie und ihren natürlichen Lebensraum zu schützen versuchen. Jeden Tag halten Primatenforscher Juan Salvador Ortega und seine Führer Mignon und Peter Ausschau nach einer Horde Flachland-Gorillas. Sie wollen ihr Verhalten erforschen und sie deshalb an die Gegenwart von Menschen gewöhnen. Wir haben diesen Prozess im Januar 2014 begonnen, also vor mehr als zwei Jahren. Wir sehen schon einige Fortschritte in der Gewöhnung der Gorillas an den Menschen. Sich einen Weg durch das Pflanzenlabyrinth des Urwalds zu bahnen, ist eine echte Herausforderung. Doch der spanische Wissenschaftler ist fest entschlossen, in die Nähe der Gorillas zu gelangen, die sich hier so mühelos bewegen. Bevor er nach Gabun kam, verbrachte Juan fünf Jahre in mehreren Regionen Afrikas, um das Verhalten unterschiedlicher Primatenarten zu studieren. In Gabun versuchte Juan von Anfang an, die lokale Bevölkerung in seine Forschung über die Gorillas einzubinden. Aus seiner Erfahrung weiß er, dass so ein Projekt nicht ohne die Beteiligung der Einheimischen gelingen kann. Die Einwohner des Dorfes Dusala begegneten Juan und seinem Vorhaben sehr entgegenkommend. Die Punu sind eine der wenigen Stämme der Region, die den Verzehr von Gorilla-Fleisch ablehnen. Zu nah erscheint ihnen die Verwandtschaft von Gorillas und Menschen. Täglich suchen Juan, Mignon und Peter nach Spuren der Gorillas. Das Aufspüren und die Annäherung an die scheuen Tiere erfordert von ihnen Systematik und viel Geduld. Das Basislager von Juan liegt im Dorf Dusala. Von dort aus machen sich Juan, Mignon und Peter in das Dugetzi-Forschungscamp auf, das noch tiefer im Dschungel liegt. Die Zelte des Forschungsteams stehen zum Schutz vor der Witterung unter den von den Dorfbewohnern errichteten Hütten. Von hier aus startet das Forscherteam seine Expeditionen in den Wald. Wir haben hier ein kleines Notizbrett. Es gibt ein dreiteiliges Schichtsystem. So können wir an jedem Tag des Monats arbeiten, auch am Wochenende. Um die Gorillas an uns zu gewöhnen, muss es ein funktionierendes System geben. Rund um das Dugetzi-Camp liegt der Lebensraum der Gorillas. Die ursprüngliche Pflanzenwelt gibt ihnen Nahrung und Schutz. Der Boden ist von Pfeilwurzeln bedeckt, dem Lieblingsfutter der Gorillas. Das reiche Vorkommen von Pfeilwurzeln ist für Juan ein ermutigendes Zeichen. Aber um in diesem dichten Unterholz Gorillaspuren zu erkennen, braucht es ein fachmännisches Auge. Ohne die erfahrenen Fährtenleser der Punu wäre Juan im Dusala-Wald auf verlorenen Posten. Den Augen des Forschungsteams bieten sich im Urwald fantastische Eindrücke. Die Vegetation des Dugetzi-Waldes scheint undurchdringlich. Um vorwärts zu kommen, folgen die Einheimischen den ausgetretenen Pfaden der Elefanten. Seit Urzeiten dienen sie den Menschen als Orientierungshilfe. Der Wald-Elefant stammt aus der Spezies der Buschelefanten. Seine großen Stoßzähne sind für ihn im dichten Unterholz des Dschungels nützliche Werkzeuge. Für den Erhalt und die Verbreitung von Baumarten spielt der Wald-Elefant eine sehr wichtige Rolle. Zur Nahrungsaufnahme wickelt er seinen Rüssel um Baumzweige und zieht die Blätter ab. Dadurch nimmt er rund 500 unterschiedliche Pflanzensorten auf. Die Samen der gefressenen Pflanzen werden vom Elefanten wieder ausgeschieden und bleiben an verschiedenen Orten am Waldboden zurück. Einige der Samen werden dann wieder von anderen Tieren gefressen, andere sprießen in den Kompostklumpen. So verbreiten Waldelefanten Pflanzen Samen. Ein unschätzbarer Dienst für Erhalt und Erneuerung der Pflanzenvielfalt in Afrika. Außerdem kann er natürliche Barrieren mühelos überwinden. Dies macht ihn in seiner Rolle als Urwaldpfleger noch wertvoller. Doch sind innerhalb von zehn Jahren fast zwei Drittel der Elefanten im Kongo-Becken verschwunden. Sollte sich diese Geschwindigkeit fortsetzen, wird der Waldelefant bis zum Ende des nächsten Jahrzehnts ausgestorben sein. Die Spuren der Elefanten sind verräterisch. Wilderer müssen ihnen einfach nur folgen. Die Tiere werden wegen ihrer Stoßzähne gejagt. Elfenbein ist nach wie vor in vielen asiatischen Ländern begehrt. Der Überlebensinstinkt lässt die Elefanten immer vorsichtiger werden. Aber gegen Wilderer haben sie kaum Chancen. Wenn es einen Mangrovenbaum in der Nähe gibt, läufst du hin und versteckst dich zwischen seinen großen Wurzeln. So kann dich der Elefant nicht erreichen. Auch Juan folgt den Elefantenspuren. Mignon und Peter sind die besten Pferdenleser des Dorfes. Sie begleiten Juan bei der Suche nach den Gorillas. Im Urwald lauern überall Überraschungen. An dieser Stelle im Wald gibt es zwar keinen Fluss, doch sie entdecken ein Krokodil, das im Dickicht verborgen ist. In den unzähligen kleinen Teilchen geht es im Wald auf Beutejagd. Bei der Suche nach den Affen sind Handabdrücke und hinterlassener Kot die wichtigsten Spuren. Dies ist der Kot von einem Weibchen oder einem männlichen Jungtier. Der Kot gibt Aufschluss über die Größe der Gruppe und den Zeitpunkt ihres Erscheinens. Es ist eine Gruppe, denn Babyaffen können sich nicht allein im Wald bewegen. Sie sind immer mit den Weibchen unterwegs und die wiederum immer mit männlichen Begleitern. Weitere Hinweise, dass die Affen ganz in der Nähe sein müssen, sind die halb zerkauten Früchte. Dies ermöglicht uns, die Bewegungen der Gorillas vorauszuberechnen und ihren Aufenthaltsort zu finden. Jeder Hinweis wird sorgfältig geprüft. Hier sehen wir die Zahnabdrücke eines Gorillas. Diese Fucht ist sehr beliebt bei Gorillas und bei Menschen. Auch nach wenigen Wochen macht die Annäherung der Forscher an die Gruppe der Affen wenig Fortschritte. Die Affen sind immer noch misstrauisch. So beschränkt sich der Kontakt vorerst auf den Austausch akustischer Signale. Auf dem Rückweg gibt es eine weitere Überraschung. Die Forscher entdecken die Überreste eines Elefanten. Der Anblick des riesigen Skeletts lässt den Atem stocken. Wir denken, dass es ein junger Elefant ist, weil die Stoßzähne nicht sehr groß waren. Offenbar wurde das Tier nicht zum Verzehr getötet. Es ist schon das zweite Skelett, das die Forscher in den letzten Tagen entdecken. Sie sind alarmiert. Wir treffen nicht jeden Tag auf solche Überreste. Um das Aussterben der Elefanten zu verhindern, hat Gabun den Wilderern den Kampf angesagt. Der Biologe und Botaniker Lee White initiierte mit Unterstützung von Präsident Oma Bongo den Aufbau von 13 Nationalparks. Ein wichtiger Schritt zur Erhaltung der Artenvielfalt, aber auch eine enorme Herausforderung für das Kongo-Becken. Gabun galt lange Zeit als eines der letzten Paradiese für Gorillas und Elefanten. Heute nicht mehr. 600 gut ausgebildete Ranger, sogenannte Eco-Guards, schützen mittlerweile die riesigen Nationalparks. Doch immer wieder gibt es Zusammenstöße mit schwer bewaffneten Wilderern, die immer skrubelloser vorgehen. Auf dem Schwarzmarkt wird für Elfenbein bis zu 2000 Dollar pro Kilo bezahlt. Das lockt lokal und international organisierte Banden von Wilderern an. Während Juan und sein Team schlafen, machen sich die Ranger bereit für ihre Patrouille. Die Wilderer gehen in der Nacht auf die Jagd. Jetzt ist höchste Wachsamkeit geboten. Die Ranger ziehen schweigend durch die Dunkelheit, um mögliche Wilderer nicht zu warnen. Die Jagd auf Wilderer ist gefährlich. Plötzlich entdecken die Ranger eine Tierfalle. Setzt ein Gorilla einen Fuß in die Schlinge, schnappt sie zu. Alle Versuche, wieder aus der Schlinge zu kommen, schnürt sie enger zu. Wir werden die Falle zerstören. Der Wind über dem Atlantischen Ozean bläst stetig und trägt Wolken voller Regen auf das Festland. Die Luftfeuchtigkeit liegt konstant bei über 80 Prozent. Weltweit ein Spitzenwert. Dank des Klimas gibt es in Gabon so viele Wasserfälle wie nirgendwo sonst in Afrika. Und auch für den Regenwald, der 85 Prozent der Fläche von Gabon bedeckt, ist dieses Klima ideal. Während der Regenzeit im Frühjahr und Herbst können tagelange Niederschläge jeden Expeditionsversuch unmöglich machen. Der Sintflutartige Regen legt eine Pause ein. Endlich können Juan, Mignon und Peter ihre Arbeit fortsetzen. Plötzlich hören sie ein verdächtiges Geräusch. Die Spur ist heiß. Das war das Brusttrommeln eines Silberriggens. Wir folgen jetzt dem Geräusch eine Weile und werden versuchen mit der Gruppe in Kontakt zu treten. Offensichtlich hält sich eine größere Gruppe Gorillas ganz in der Nähe auf. Über Schnalzlaute versucht Juan Kontakt aufzunehmen. Wir haben mit dem Männchen Kontakt aufgenommen. Er hatte einen jungen Affen dabei. Wahrscheinlich sind die Weibchen hier irgendwo in der Nähe. Sie haben Ibora-Blätter gefressen. Normalerweise kommen sie einfach von den Bäumen herunter. Aber weil sie noch nicht an uns gewöhnt sind, bleiben sie lieber oben. Sie sind immer noch da. Wir folgen ihn. Ganz vorsichtig bewegen sich die Forscher weiter voran. Um sich zu erkennen zu geben, machen sie dabei regelmäßig Schnalzlaute. Eine Art Klickgeräusch, ungefähr so. Wir versuchen dadurch, auf uns aufmerksam zu machen. Damit die Affen wissen, hallo, wir machen keinen Ärger, wir sind Freunde. Der durchdringende Schrei eines 200-Kilo-Gorillas kann ziemlich furchteinflößend sein. Er rief nach den Frauen, weil er sie verloren hatte. Also trommelte er auf seine Brust und schrie. Auch die Gorillas finden unsere Anwesenheit bedrohlich und verschwinden in den dichten Urwald. Juan ist trotzdem zufrieden. Er ist sich sicher, dass dieser Begegnung weitere Folgen werden. Die haushohe, dichte Vegetation des Regenwaldes erschwert die Aufgabe, die Gorillas in ihrer natürlichen Umgebung zu erforschen. Um die Gorillas nicht zu erschrecken, kommt die Machete beim Vorankommen nur selten zum Einsatz. Peter benutzt die Machete, um ein Stück einer Lianer abzuschlagen. Ein idealer Wasserspender. Sehr gutes Wasser. Besser als das bei Dual Sieg. 1, 2, 3, 4, 5, 4, 6, 9, 11, 13. 2, 4, 5, 7, 11... 1, 3, 4, 5, 6, 7, 11, 8, 11. 2, 5, 3, 5, 6, 5, 5, 7, 12, 4, 7, 11. 3, 4, 5, 6, 11, 12, trynais cliches. Das Team begibt sich wieder auf die Fährte der Gorillas und sucht nach Spuren, um ihre Marschrichtung zu bestimmen. Wir folgen ihren Spuren und versuchen sie wiederzufinden. Hier ist Babykot. Die Gorillas ruhen typischerweise mit einem Fuß auf einem Baumstamm, wenn sie kurken. Durch diesen Fund wissen wir, dass sie in diese Richtung gegangen sind. Das ist der Fußabdruck eines Jungtieres. Sie sind hier entlang gegangen. Das war die Mama. Dieser Fund bestätigt Ruans Theorie, dass die Gruppe Jungtiere dabei hat. Gorillas auseinanderzuhalten ist eine äußerst schwierige Angelegenheit. Nur kleine Stellen zwischen Nase und Stirn variieren. Ganz im Gegensatz zu Schimpansen, die man an der Farbe des Fells unterscheiden kann. Auch der Haaransatz an der Oberseite des Schädels weicht bei jedem Schimpansen voneinander ab. Das Geschlecht von Schimpansen ist leicht zu bestimmen. Beim Gorilla sind die Geschlechtsteile gut verborgen. Nur das erwachsene Männchen erkennt man am Körperbau und dem silbernen Rückenfell. Gorillas schlafen am Boden, auf einem Bett aus Blättern zum Schutz vor Feuchtigkeit und Kälte. Schimpansen hingegen schlafen auf Bäumen. Sie brechen Zweige ab und bauen sich in luftiger Höhe ein gemütliches Nest. Manchmal 40 Meter über den Waldboden. Untertitelung des ZDF, 2020 Sie sind den Menschen sehr ähnlich. Sie bilden Koalitionen, sie sind sehr soziale Wesen. Sie können aber auch einzelne Tiere oder ganze Gruppen ausstoßen. Schimpansen sind friedfertige Wesen. Kriegerische Auseinandersetzungen kennen sie nicht. Bei Streitigkeiten ziehen sie es voreinander, möglichst aus dem Weg zu gehen. Doch eine große, traurige Gemeinsamkeit haben die Schimpansen mit den Gorillas. Beide Spezies sind bereits aus mehreren Ländern verschwunden. Vom Menschen ausgerottet. Nur das Amazonasgebiet hat einen noch größeren Artenreichtum als der Regenwald von Gabun. Doch trotz seiner gigantischen Größe ist dieses Biosphärenreservat ein äußerst empfindliches Ökosystem. Der Wegfall eines einzigen seiner Bestandteile könnte sich auf das weltweite Gleichgewicht der Elemente auswirken. Mit unabsehbaren Folgen. Im Interesse der gesamten Menschheit muss dieser Lebensraum erhalten werden. Bei ihrer Suche machen Juan und sein Team immer wieder überraschende Entdeckungen. Am Boden und in der Luft. Wir haben die Gorillas gefunden, die sie in einem Baum saßen und fraßen. Direkt unter ihnen auf dem Boden hockten die Schimpansen. Während Berggorillas in Ruanda ausschließlich Bambus fressen, sind die Flachlandgorillas von Gabun im Wesentlichen auf Früchte spezialisiert. Aber auch Insekten dienen hin und wieder als Nahrung. Die Entdeckung, dass die Flachlandgorillas fast den gleichen Speiseplan haben wie die Schimpansen, wirft Fragen auf. Könnten sie ebenfalls hier in Dugetzi leben? Die Studie wird immer komplexer. In der Regel verhalten sich Gorillas dominanter als Schimpansen, wenn sie ein neues Nahrungsrevier erobern wollen. Das hängt aber auch von der Zusammensetzung der Schimpansengruppe ab. Im Dschungel finden sich noch viele weitere Primatenarten. Der wohl spektakulärste und bunteste unter ihnen ist der Madrillaffe, der nur in Zentralafrika lebt. Ihre haarlose Gesichtspartie leuchtet rot und blau. Eine prachtvolle Erscheinung, die allerdings nur den Madrillmännchen vorbehalten ist. Die Madrills leben in Gruppen von 20 bis 50 Tieren, die von einem oder mehreren älteren Männchen beschützt werden. Heute verschwinden die Affen mehr und mehr aus dem Landschaftsbild. Und mit ihnen ein ganzes Kapitel Menschheitsgeschichte. Und mit ihnen ein ganzes Kapitel Menschheitsgeschichte. Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Nach einigen Monaten behutsamer und geduldiger Annäherung haben Juan und sein Team ihr erstes Ziel erreicht. Sie werden nun von der Gruppe der Flachland-Gorillas akzeptiert. Die Gorillas gehen ihren gewohnten Tätigkeiten weiter nach, wenn das Team auftaucht. Mit etwas Abstand zur Gruppe sitzt der Silberrücken und beobachtet das Treiben der Weibchen und ihrer Jungen. Der Silberrücken folgt immer den Weibchen. Sie halten die Gruppe in Bewegung, weil sie die Nahrung für die Jungtiere suchen. Selbst in den Reservaten sind die Affen nicht ausreichend vor Wilderern geschützt. Seine riesigen Bodenschätze machen Gabun zum drittreichsten Land Afrikas. Doch die holzverarbeitende Industrie grenzt auch direkt an die Nationalparks. Das erleichtert Wilderern den Zugang in die geschützten Gebiete und schafft Transportwege und Unruhe. Ein Viertel von Gabun ist von Abholzung bedroht. Der Kahlschlag der Regenwälder zerstört die natürlichen Lebensräume vieler Tiere. Durch Abholzung und Wilderei werden ganze Herden auseinandergerissen. Die Agentur für Nationalparks versucht, verwaiste Affen zu retten. Sie können einfach verenden, weil es eine tiefe emotionale Bindung zwischen dem Kind und der Mutter gibt. Ich sage Kind, denn genau das ist es. Dieser junge Gorilla, kaum ein Jahr alt, verlor seine ganze Sippe durch Wilderei. Rosalyn fungiert nun als Ersatzmutter und kümmert sich um ihn. An ihrer Seite kann der junge Affe lernen, allmählich den Verlust seiner Bezugsgruppe zu überwinden. Mit etwas Glück wird es gelingen, ihn eines Tages wieder in die Wildnis zu entlassen. Um den zahlreichen verwaisten Affen zu helfen, haben sich die Regierung, die Nationalparks und ihre Verbände zu einem Netzwerk zusammengeschlossen. Das Ziel ist es, traumatisierte Affen wieder in ihren natürlichen Lebensräumen zu retten. In kleinen Gruppen werden verwaiste Mandrillaffen wieder zurück in ihren natürlichen Lebensraum gebracht. Bereits in der Auffangstation konnten sich die Tiere aneinander gewöhnen. Ein weltweit einmaliges Projekt und eine große Chance für das Überleben dieser vom Aussterben bedrohten Affenart. Wir haben männliche Mandrills freigelassen, die mit einer Gruppe von wilden Mandrills zusammenkamen. Sie haben sich gut integriert. Es gab zwei sechs Monate alte Babys, von denen eines überlebte und das andere nicht. Aber das ist ein Teil des Risikos, solche jungen Tiere mit in das Programm aufzunehmen. Wir wussten, dass das passieren kann. Von einigen Weibchen haben wir die Schwur verloren. Wir wissen nicht, was mit ihnen passiert ist. In der Regenzeit wachsen im Regenwald viele Früchte. Dadurch finden die freigelassenen Mandrills leicht Nahrung. So wird die gewohnte Versorgung in der Auffangstation allmählich ersetzt. Die Affen lernen wieder, Stück für Stück aus eigener Kraft zu überleben. Mindestens zwei Weibchen sind im Moment trächtig. Das ist ein gutes Zeichen und ein großer Erfolg. Nun müssen wir abwarten, ob ihre Jungen hier in der natürlichen Umgebung überlebensfähig sind. Es ist ein sehr langwieriger Prozess, weil sie erst wieder lernen müssen, wie man in der Wildnis selbstständig übernimmt. Aufgefundene verwaiste Affen werden zunächst im Internationalen Zentrum für Medizinische Forschung in Françoville untergebracht. Dieser junge Silberrücken namens Jojo wird eine Zeit lang isoliert. Sicherheitshalber. Die Ärzte müssen sich davon überzeugen, dass er gesund ist. Es gibt eine große Menge gefangener Menschenaffen in Gabun. Trotz aller Bemühungen und Aufklärungsprogramme gibt es immer noch zu viele Menschen, die keine Kenntnis von der Situation haben. Der Lekedi-Nationalpark ist einer der wenigen Lebensräume, der für verwaiste Affen in Frage kommt. In halber Gefangenschaft können die aufgenommenen Primaten hier unter guten Bedingungen und in Sicherheit leben. Aber auch hier geschehen Unfälle. Rafa, ein junger Silberrücken, verlor vor kurzem seinen Begleiter, der ertrunken ist. Seitdem wirkt er auf seiner kleinen Insel unglücklich. Das Team des Nationalparks erwägt, Jojo und Rafa zusammenzubringen. Sie hoffen, dass sich die beiden gegenseitig akzeptieren. Er wurde von Menschen großgezogen, sodass er die Menschen mehr oder weniger als seine eigene Art ansieht. Zur Zeit ist es Simba, die Rafa Gesellschaft leistet. Der kleine Affe weicht nie von seiner Seite. Solche Initiativen zur Sicherung des Fortbestandes der Affen von Gabun dienen anderen afrikanischen Ländern als Beispiel. Wir können die Dinge verändern. Vor allem durch Aufklärung über die ökologischen Zusammenhänge. Wir versuchen verantwortungsvolles Verhalten zu fördern, das unsere Politiker hoffentlich dann noch verantwortungsvoller handeln lässt. Ein wirksames Mittel gegen Wilderei und Abholzung ist der Ökotourismus. Im Gegensatz zu Ruanda mit seinen Berggorillas steckt das Projekt in Gabun aber noch in den Kinderschuhen. Den Schutz der Gorillas zu einer Einnahmequelle zu machen, ist ein effizienter Weg, die Einwohner von Gabun wirksam einzubinden. So wie Cyril. Ich will ein besseres Leben für die Menschen hier, aber auch für die Elefanten. Wir sollten in Harmonie miteinander leben, wie unsere Großeltern. Auch Huans Forschungsprojekt könnte Touristen eine Möglichkeit geben, Gorillas hautnah zu erleben. Mithilfe seines Teams beginnt Ruanda mit ein Grundstück zu lichten. Hier entstehen Gebäude, in denen zahlende Touristen die Ursprünglichkeit der Natur erfahren sollen. Und auch die Gorillas verhalten sich in Gegenwart von Ruanda. Und dann wird Juan und dem Team immer natürlicher. Aus Sicherheitsgründen bleibe ich etwas zurück. Mignon geht ein Stückchen vor mir. Ein Gorilla in der Nähe bekam dir mit seinem typischen Schrei. Sehr deutlich zu verstehen geben, dass du jetzt besser auf Abstand bleiben sollst. Die Distanz zwischen den wilden Affen und den Menschen sollte auch aus anderen Gründen nicht zu klein werden. Zum einen könnten Erkrankungen übertragen werden, die für beide Seiten gefährlich sind. Darüber hinaus kann eine allzu große Vertrautheit zu einer geringeren Vorsicht der Affen führen. Das würde es den skrupellosen Wildern erleichtern, an die Tiere heranzukommen. Und das würde es den skrupellosen Wildern erleichtern, an die Tiere heranzukommen. Noch ist es nicht zu spät, die Artenvielfalt in Gabon zu retten. Wo sie ihrer Freiheit und ursprünglichen Kraft noch nicht gänzlich beraubt ist, weiß die Natur Mittel und Wege, sich wieder zu behaupten. Wo sie ihre Freiheit und die Tiere heranzukommen sind, Der Afrikanische Regenwald gilt als die Wiege der Menschheit. Unsere Vorfahren tauchten hier vor etwa 250.000 Jahren auf. Ein Wimpernschlag in der Geschichte des Lebens auf unserem Planeten. Tief im Herzen des Dschungels, bewegt vom unermüdlichen Wind, der vom Ozean herüberweht, liegt das Reich der Gorillas. Dieses Land unserer Herkunft und das in ihm so unendlich erscheinende Leben sind bedroht. Sein Reichtum und seine Artenvielfalt nehmen unaufhörlich ab. Der ständig wachsende Raubbau durch unsere moderne Welt gefährdet die Tiere und Pflanzen des Regenwaldes. Das ökologische Gleichgewicht droht zu kippen. Wir fahren nach Gabun in Zentralafrika. Hier treffen wir Menschen, die ihr Leben dem Schutz der Affen und ihres Lebensraums widmen. Gemeinsam machen wir uns auf in die Tiefen dieser grünen Lunge. Auf den Spuren unserer nächsten Verwandten, den Gorillas. Die Reise wird uns die Dringlichkeit vor Augen führen, warum der Kreislauf des Lebens bewahrt und die Menschenaffen von Gabun geschützt werden müssen. Seit Beginn der Menschheit hat sich in dieser Landschaft nur wenig verändert. Der Regenwald ist voller atemberaubender Naturschauspiele, wie die Wasserfälle im Iwindo-Nationalpark. Eine ursprünglich erhalten gebliebene Wildnis, in der uralte Tierarten wie Gorillas und Schimpansen bis heute heimisch sind. Den Großteil unseres Wissens über Schimpansen und Gorillas bedanken wir zwei Verhaltensforscherinnen des 20. Jahrhunderts. Anfang der 1960er Jahre, die Schimpansenforscherin Jane Goodell und die Gorillaspezialistin Diane Fossey beobachteten die Tiere in ihrem natürlichen Lebensraum. Ihre Forschungsarbeit revolutionierte das Wissen über die Affen. Dank ihrer Arbeit wissen wir, wie ähnlich Affen den Menschen in Wirklichkeit sind. Ihre Forschungsarbeit wird heute von anderen fortgesetzt. Auch heute können wir noch viel Neues über diese faszinierenden Geschöpfe erfahren. Dank seiner unzugänglichen Berge hat der Regenwald hier noch immer nicht alle Geheimnisse seiner erstaunlichen Artenvielfalt preisgegeben. Eine geheimnisvolle Welt, voller Mythen und Gefahren, umgeben von einer undurchdringlichen Vegetation. Bei Einbruch der Dunkelheit tanzen die Ureinwohner des Waldes. Das hier ansässige Volk der Punu erzählt eine einfache und schöne Legende von der Erschaffung der Welt. Sie handelt davon, wie die Frau des Sonnengotts aus dem Himmel verbannt und auf der Erde in einen Baum verwandelt wurde. So wuchs der Wald in harmonischer Schönheit empor. Um in ihm zu überleben, wurde der Mensch zum Jäger und Sammler. Die Punu verehren den üppigen Reichtum des Dschungels. Sie danken dafür mit schamanischen Räten. In den Ritualen werden auch die für den Regenwald symbolischen Tiere geehrt. Darunter auch unser enger Verwandter, der Gorilla. Für die Eingeborenen galt er, halb Mensch, halb Bestie, lange als dämonisches Geschäft. Der Urwald des Kongo-Beckens ist ein wahres Naturparadies, das noch immer nicht vollständig erforscht ist. Heutzutage ist die Zukunft der Gorillas ernsthaft gefährdet. Doch es gibt auch Menschen, die sie und ihren natürlichen Lebensraum zu schützen versuchen. Jeden Tag halten Primatenforscher Juan Salvador Ortega und seine Führer Mignon und Peter Ausschau nach einer Horde Flachland-Gorillas. Sie wollen ihr Verhalten erforschen und sie deshalb an die Gegenwart von Menschen gewöhnen. Wir haben diesen Prozess im Januar 2014 begonnen, also vor mehr als zwei Jahren. Wir sehen schon einige Fortschritte in der Gewöhnung der Gorillas an den Menschen. Sich einen Weg durch das Pflanzenlabyrinth des Urwalds zu bahnen, ist eine echte Herausforderung. Doch der spanische Wissenschaftler ist fest entschlossen, in die Nähe der Gorillas zu gelangen, die sich hier so mühelos bewegen. Bevor er nach Gabun kam, verbrachte Juan fünf Jahre in mehreren Regionen Afrikas, um das Verhalten unterschiedlicher Primatenarten zu studieren. In Gabun versuchte Juan von Anfang an, die lokale Bevölkerung in seine Forschung über die Gorillas einzubinden. Aus seiner Erfahrung weiß er, dass so ein Projekt nicht ohne die Beteiligung der Einheimischen gelingen kann. Die Einwohner des Dorfes Dusala begegneten Juan und seinem Vorhaben sehr entgegenkommend. Die Punu sind eine der wenigen Stämme der Region, die den Verzehr von Gorilla-Fleisch ablehnen. Zu nah erscheint ihnen die Verwandtschaft von Gorillas und Menschen. Täglich suchen Juan, Mignon und Peter nach Spuren der Gorillas. Das Aufspüren und die Annäherung an die scheuen Tiere erfordert von ihnen Systematik und viel Geduld. Das Basislager von Juan liegt im Dorf Dusala. Von dort aus machen sich Juan, Mignon und Peter in das Dugetzi-Forschungscamp auf, das noch tiefer im Dschungel liegt. Die Zelte des Forschungsteams stehen zum Schutz vor der Witterung unter den von den Dorfbewohnern errichteten Hütten. Von hier aus startet das Forscherteam seine Expeditionen in den Wald. Wir haben hier ein kleines Notizbrett. Es gibt ein dreiteiliges Schichtsystem. So können wir an jedem Tag des Monats arbeiten, auch am Wochenende. Um die Gorillas an uns zu gewöhnen, muss es ein funktionierendes System geben. Rund um das Dugetzi-Camp liegt der Lebensraum der Gorillas. Die ursprüngliche Pflanzenwelt gibt ihnen Nahrung und Schutz. Der Boden ist von Pfeilwurzeln bedeckt, dem Lieblingsfutter der Gorillas. Das reiche Vorkommen von Pfeilwurzeln ist für Juan ein ermutigendes Zeichen. Aber um in diesem dichten Unterholz Gorillaspuren zu erkennen, braucht es ein Fahnen. Das reiche Vorkommen von Pfeilwurzeln Strec. Vielen Dank.